Jeder weiß, dass eine Kiwi gesünder ist als eine Portion Pommes, was die Kalorien angeht. Aber das eigentlich Wesentliche, finde ich, dass diese Kiwi oder der Apfel oder was auch immer es ist, mir so viel mehr Nährstoffe bietet, dass es ja ein echter Fitmacher ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gesund Lesen. Heute sind wir wieder zu Gast im Rhein-Center in Köln-Weiden bei Thalia. Eine wunderschöne Buchhandlung. Hier kann man über Bücher reden, hier kann man über Themen reden. Heute reden wir darüber. Jede Frau kann schlanker werden, behauptet Alexa Ivan. Grüße Sie, Frau Ivan. Ich grüße Sie auch. Ich muss Ihnen gestehen, ich kenne nur zwei Ökotrophologinnen. Beide sind gärtenschlank. Jetzt sage ich Ihnen noch was. Ich habe heute Morgen noch eine Frau getroffen, guckt auf das Cover, sagt, wieder jemand, der noch nie dick war und ein Buch über Diäten oder keine Diäten schreibt. Über jeden Fall über das Dickwerden, Bleiben oder Wiederabnehmen. Ist Ihnen dieser Vorwurf schon mal gemacht worden? Dieser Vorwurf, ich höre ihn ständig. Echt? Ich schreibe ja direkt auf der ersten Seite in diesem Buch. Das kann man mir vorwerfen. Ich war noch nie dick. Insofern, klar, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Aber ich habe natürlich aufgrund meines Berufes viel mit übergewichtigen Menschen zu tun, die mir erzählen, dass sie sich nicht wohlfühlen, dass sie ein Problem damit haben. Zumindest die Leute, die zu mir kommen. Es gibt eine ganze Reihe auch übergewichtige Menschen, die haben überhaupt kein Problem damit. Und die bitte sollen ihr Leben fröhlich weiterleben und sich daran auch nicht weiter stören. Aber diejenigen, die sagen, ich fühle mich nicht wohl, weil ich möglicherweise körperlich eingeschränkt bin, ich kann nicht mehr so gut Treppen gehen, der Sport fällt mir schwer, ich kriege nicht so gut Luft, denen kann man ja durchaus helfen mit ein paar Ratschlägen. Und das versuche ich. Und wir haben den Titel ganz bewusst gewählt. Wir haben nicht gesagt, jede Frau kann schlank werden. Wir sagen, jede Frau kann schlanker werden, wenn sie das möchte. Es geht ein bisschen was. Es heißt auch nicht, jede Frau muss so schlank werden wie ich. Also das steckt ja alles da eigentlich nicht drin. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt. Okay. Sie wissen das ja, Sie vielleicht auch, wenn Sie schon mal gesund lesen. Ich lese die Bücher dann tatsächlich. Deswegen wusste ich, dass es ganz vorne steht. Ich hätte mich das ja gar nicht getraut, so provokativ einzusteigen. Die andere Provokation wäre, um was ist das jetzt mit Männern? Können Männer auch schlanker werden oder brauchen Männer gar nicht schlanker werden? Doch, doch, doch. Es gibt ganz viele Männer, denen man durchaus sagen kann, Freunde, ein paar Kilo weniger wäre gesünder. Sieht vielleicht auch besser aus. Gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber natürlich gilt das auch für Männer. Nur, so ein Verlag ist natürlich sehr daran interessiert, dass sich ein Buch verkauft. Und das Thema Abnehmen, das Thema körperliche Gesundheit, schlank sein, ist ein Frauenthema. Was glauben Sie, wenn Sie so Prozentzahlen raushusten müssten, wie viel Prozent der Frauen und wie viel Prozent der Männer beschäftigen sich tatsächlich mit dem Thema, schlanker werden? Also die aller, allermeisten Menschen beschäftigen sich mit dem Thema, wenn sie im Gewicht ein bisschen hochgehen. Unsere Gesellschaft ist einfach so, dass uns suggeriert wird, schlank ist schön, schlank ist fit, schlank ist sexy, schlank ist ästhetisch. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das wird ja schon unseren kleinen Kindern eingetrichtert. Also ich habe eine Tochter, die wächst mit diesem Schönheitsideal auf. Und wenn man das beobachtet, die gucken schon ganz genau, wie werden Körperformen betont, solche Dinge. Insofern ist es total nachvollziehbar, dass Menschen, die diesem Ideal nicht entsprechen, sich damit beschäftigen und eben oft auch auf so eine Negativschiene gesetzt werden. Was ein bisschen schade ist, weil eigentlich ist ja Varianz immer etwas Schönes, also Unterschiedlichkeit, wenn wir alle gleich wären, alle so einer Supernorm entsprechen würden, wäre es ja langweilig bei uns auf der Welt. Aber unsere Gesellschaft ist da schon ein bisschen gnadenlos. Die Medien befeuern das natürlich auch. Insofern denke ich, jeder, der in irgendeiner Lebensphase mal ein bisschen mit dem Gewicht hochgeht, der beschäftigt sich da schon. Alle Menschen, die so ein bisschen kognitiver ausgerichtet sind, die würden ja sagen, ach, dieser ganze Alarm, die ganzen Diätenquatsch, eigentlich ist doch ganz einfach. Ja, es ist eine Bilanz muss hergestellt werden. Wenn mehr reinkommt, als rausgeht, dann muss man dick werden. Umgekehrt nimmt man halt eben einfach ab. So einfach? Ja, also ganz so einfach ist es nicht. Wir müssen, glaube ich, mal unterscheiden. Also es gibt ja einerseits diesen Bereich von Menschen, die krankhaft übergewichtig sind. Die brauchen auch eine sehr viel größere Betreuung von mehr Experten. Und dann haben wir die Leute, die einfach so ein bisschen übergewichtig haben, aber ansonsten sind die gesund. Und an die richte ich mich ja hauptsächlich mit dem Buch. Da geht es ja gar nicht darum, 80 Kilo abzunehmen oder 50 Kilo abzunehmen, sondern mehr, es geht um gesunde Ernährung. Deswegen sage ich ja auch das Anti-Diät-Buch. Ich möchte nicht, dass Menschen pausenlos auf Diät leben, bloß weil sie mal 5 Kilo verlieren wollen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung, Unterscheidung, die man machen muss. Wir haben jahrelang gelernt, eine Kalorie ist eine Kalorie und wenn du weniger isst als dein Bedarf, dann nimmst du ab. Das stimmt rechnerisch auch. Das Problem an der Sache ist nur, wenn man das macht, dann bestraft einen der Körper quasi so ein bisschen dafür, dass man abnimmt. Und man muss dann immer weniger essen in der letztlichen Konsequenz, um das niedrigere Gewicht dann zu halten. Das ist natürlich ein bisschen bescheuert in unserer heutigen Zeit. Und insofern diskutieren sehr viele Experten heute darüber und ich bin da auch ein großer Freund davon, dass man eher die Relation der Nährstoffe verschieben sollte. Also ich spreche jetzt oder komme jetzt auf dieses Thema Low Carb, also weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker vor allen Dingen, weniger raffinierte, diese Weißmehlprodukte, weniger raffinierte Kohlenhydrate und mehr Eiweiß, weil Eiweiß anders behandelt wird in unserem Körper. Da werden nach dem Genuss von Eiweiß, werden andere Sättigungssignale ausgeschüttet und dann können Sie kalorisch, müssen Sie gar nicht kalorisch so wahnsinnig dolle rechnen, aber Sie werden trotzdem satt und dann ist es leichter abzunehmen. Aber ist es am Ende nicht doch eigentlich fast immer eine Frage des Bewusstseins? Also ich will mal auf eine Abnehmform kommen, die hat meine Frau mal gemacht. Ich habe das so drüber geguckt und dann wurde gezählt und am Ende ging es darum, dass man es einem eigentlich nur bewusst wurde, was tust du denn da? Also wie viel isst du denn tatsächlich? Und das fand ich, habe ich jetzt gar nicht so als eine Diät empfunden, sondern einfach nur als ein Bewusstseinsprozess, das macht eigentlich total viel Sinn. Also wenn ich ja schon weiß, dass es so eine Gleichung gibt, also rein und raus, aber ich überhaupt nicht weiß, wie viel reinkommt, dann kann ich auch schwer definieren, wie viel ich tun müsste, um das wieder auszugleichen. Also dieses Bewusstsein ist so das A und O, oder? Also man sagt ja auch häufig, wer abnehmen möchte, das muss im Kopf Klick machen. Also es muss irgendwie etwas passieren, wo man sagt so, okay, jetzt setze ich mich mit dem Thema auseinander. Und das ist halt etwas, es gibt so zwei Dinge, die kann ich einfach niemandem erleichtern, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und man muss kochen. Das sind so zwei Dinge, da kommt man einfach nicht drum rum. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass man so ein Gefühl kriegt für Lebensmittel. Damit meine ich aber nicht, dass man jetzt von jedem Lebensmittel den Kaloriengehalt kennen muss, sondern einfach, dass man sich so ein bisschen mit Nährstoffen auseinandersetzt. Was ist denn eigentlich wichtig für mich? Und ich bin immer wieder erstaunt, dass es dann doch ein großes Unwissen auf diesem Gebiet gibt. Also es kommen Leute zu mir, die sagen, Alex, hast du das gewusst? Und Apfelsaft hat ja genauso viel Zucker wie Cola. Wo ich dann sage, ja, habe ich gewusst, wundert mich, dass du das nicht wusstest, weil eigentlich kann man es überall nachlesen heutzutage. Und das sind so Sachen, ja, man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber ich empfehle eben mehr auf der Nährstoffebene, weniger auf den Kalorien. Jeder weiß, dass eine Kiwi gesünder ist als eine Portion Pommes, was die Kalorien angeht. Aber das eigentlich Wesentliche, finde ich, dass diese Kiwi oder der Apfel oder was auch immer es ist, mir so viel mehr Nährstoffe bietet, dass es ja ein echter Fitmacher ist. Und das ist eben das, was ich versuche auch mit dem Buch so ein bisschen zu erreichen, das Bewusstsein zu verändern. Lebensmittel sind nicht nur so böse Dickmacher, die immer nur negativ in Kalorien gerechnet werden, sondern es sind eigentlich total positive Fitmacher. Und wenn ich da eine gute Auswahl treffe, dann kann ich mich mit Lebensmitteln, also mit meinem persönlichen Essen, ja, super fit und super gesund halten. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Absolut. Sie beginnen mit einem Vorschlag, das ist ja echt hart, Sie sagen, Waage weg. Ui, da werden auch eine Menge Menschen ein echtes Problem machen, weil das ja einfach zum Alltag gehört. Ich stehe morgens auf, was mache ich? Ich gehe auf die Waage. Ja, machen ganz viele, ganz viele Menschen. Das ist falsch. Naja, ich finde immer Kategorien richtig falsch, ist ganz schwierig. Jeder muss seinen eigenen Umgang damit finden. Also ich habe auch eine Waage im Badezimmer stehen. Ich wiege darauf meinen Koffer, wenn ich in den Urlaub fliege, ob der über 23 Kilo hat. Ja, ansonsten benutze ich die nicht, weil ich ein... Für was auch? Die zeige ich dir nichts an. Naja, die würde ja auch was anzeigen. Aber bei mir ist es halt der Hosenbund. Ich merke doch an meinen Hosen, ob sich was verändert oder nicht. Wofür brauche ich denn da die Waage? Und ganz ehrlich, und das ist auch etwas, was glaube ich viele Menschen lernen müssen oder tolerieren lernen müssen, dass Körpergewicht schwankt. Ja, wir wiegen nicht jeden Tag das Gleiche. Und wenn ich abends gefeiert habe und gegessen habe und Alkohol getrunken habe, natürlich wiege ich am nächsten Tag ein Kilo mehr oder vielleicht auch anderthalb Kilo mehr. Aber wenn ich wieder in meinen normalen Lebensstil zurückkehre, dann geht das auch wieder weg. Ja, also jeder Körper hat ja so einen gewissen Setpunkt, um den der pendelt. Und durch diese Digitalwagen wird dieses Gefühl aber komplett kaputt gemacht. Ja, da wird ja hinter dem Komma die Stelle, oh Gott, heute habe ich 200 Gramm mehr als gestern und das setzt einen total unter Stress. Und das finde ich, das muss echt nicht sein. Also Schwankungen, gerade bei Frauen, die ja auch noch mit hormonellen Dingen zu kämpfen haben im Laufe des Monats, Schwankungen von zwei, drei, sogar manchmal vier Kilos rauf und runter, das ist vollkommen normal. Ist es eigentlich auch richtig so, dass wenn ich älter werde, ich dann auch automatisch ein bisschen mehr wiege? Ja, also das ist ja von der Natur ganz gut gemacht, weil man als älterer Mensch ja durchaus ein bisschen Reserve braucht. Wenn das, sagen wir mal, wenn das nachher in den 10, 15 Kilo Bereich geht, den man plötzlich mehr hat, dann ist das nicht mehr so okay. Aber dass man, sagen wir mal, ab 55 ein halbes Kilo pro Jahr vielleicht mal zunimmt, das ist gar nicht das Allerschlechteste. Ist auch hier im Gesicht ja ganz angenehm. Vielen Dank. Wir kommen zum Iwan-Prinzip, das steht natürlich hier drin, hier sind nicht die Russen gemeint, wie die älteren Menschen vielleicht glauben könnten. Nein, Frau Iwan nennt das Iwan-Prinzip und da beschäftigen Sie sich ein bisschen, das fände ich ganz schön, eigentlich mit den Ausflüchten, die ja so schnell gerne mal zur Hand genommen werden, wie man sagt, ja, das sind die Gene schuld. Sind Gene schuld, dass ich dick werde? Also, nein, es gibt Gene, ja, es gibt Gene, die haben etwas mit Übergewicht zu tun. Wir nennen das sogenannte Adipositas-assoziierte Gene. Die gibt es, da gibt es auch einen ganzen Haufen von. Das Problem ist einfach nur, das einzelne Gen hat so einen minimalen Effekt, das merken Sie überhaupt nicht. Erst wenn Sie die ganz blöde Karte gezogen haben und da ganz, ganz, ganz viele von haben, dann hat das, kann, oder ich muss sagen, kann das einen Effekt auf Ihr Körpergewicht haben. Sagt aber auch nur, dass Sie leichter zunehmen, als jemand anders das tun würde. Sagt nicht, dass Sie in jedem Fall übergewichtig werden. Das hat natürlich am Ende was mit Ihrem Lebensstil zu tun, ja, da kommen wir mal gar nicht dran vorbei. Aber es gilt schon, dass es Veranlagungen gibt? Ja, es ist durchaus, es gibt Veranlagungen, es gibt auch Stoffwechselstörungen, das müssen wir auch ganz klar sagen. Es gibt auch Stoffwechselstörungen, wo Menschen übergewichtig von werden, ja. Und das ist dann wirklich krankhaft und denen ist auch ganz schwer zu helfen. Aber der normale Genpool, den wir haben, da kann man schon mal eine ungünstige Kombination ziehen. Aber wie gesagt, es heißt nicht in jedem Fall, dass man unbedingt dick wird, sondern es heißt nur, pass ein bisschen mehr auf. Ja, also ich habe es ja einfach, ich habe es ja mit der Schilddrüse. Wird auch immer gerne gesagt, wird auch immer gerne gesagt. Klar, Schilddrüsenunterfunktionen können dazu führen, dass jemand einfach schneller Nährstoffe speichert und damit übergewichtig wird. Muss man aber auch ein bisschen aufpassen, weil das ist noch gar nicht so wahnsinnig bekannt, habe ich manchmal das Gefühl. Diese Diagnose trifft ja häufig Menschen, die übergewichtig sind. Und wir wissen ja heute, dass Fettverteilung ganz unterschiedlich ist. Und es gibt insbesondere dieses gefährliche Fett, was sich in der Bauchregion sammelt, was dann eben die inneren Organe umgibt. Und das ist ein sehr stoffwechselaktives Gewebe. Und es gibt durchaus die Situation, dass das, was der Endokrinologe, also der Arzt, der diese Hormone misst, da misst, dass das von dem Fettgewebe produziert wird. Das heißt, er misst eigentlich falsch zu hohe Werte. Das kommt gar nicht so sehr von der Schilddrüse. Also da muss man sehr, sehr genau hingucken. Jetzt sind Sie Ökotrophologin, deswegen verwundert es einen ja gar nicht, dass Sie natürlich auch das Essen oder das Kochen ins Zentrum stellen und sagen, ja, wenn man vernünftig kocht, dann kann man eigentlich auch nicht falsch essen. Jetzt leben wir aber in einer Leistungsgesellschaft, wo viele Berufstätige wahrscheinlich sagen, ja, hat ja gut reden, aber wie soll ich das denn machen? Also das weiß ich, das ist eine Diskussion, die führe ich tagtäglich mit irgendwelchen Menschen, die mir sagen, ich habe ja keine Zeit. Und dann sage ich immer, diese Zeit wirst du dir eines Tages nehmen müssen, nämlich für die Krankheiten, die du dann entwickeln wirst, früher oder später. Hört sich jetzt hart an, aber das ist etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das kann ich nicht verstehen. Und wer zu mir kommt und sagt, pass auf Alexa, ich brauche deine Hilfe, aber kochen will ich nicht, da muss ich sagen, tu mir leid, da musst du dir jemanden anders suchen, weil das ist für mich etwas ganz Elementares. Wir können unser Körpergewicht und damit am Ende ja unsere Gesundheit nicht der Industrie überlassen. Die Industrie ist nicht an unserer Gesundheit interessiert. Und mit der Industrie meine ich jetzt die Lebensmittelkonzerne, die die Lebensmittel herstellen. Wer sich nur von Fertigfutter ernähren möchte und nur Packungen aufmachen möchte, der wird ein Problem haben. Ich mache das manchmal mit den Packungen, aber das sind das zum Beispiel Tiefkühlgemüse. Ist das böse? Nein, Tiefkühlgemüse ist überhaupt gar kein Problem. Ich mache das ja auch manchmal. Oh, irgendeine. Also auch bei mir gibt es tiefgekühltes Gemüse im Eisfach und auch bei mir gibt es mal eine Tiefkühlpizza im Eisfach. Das ist auch gar kein Problem, aber es gibt Menschen, die machen das jeden Tag und dann kommen wir eben ins Problem. Und die Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, denen sage ich immer, naja, es gibt ja auch noch einen Mittelweg zwischen, ich mache alles nur komplett aus der Packung und ich koche von morgens bis abends jede Mahlzeit mit jeder Zutat selber. Man kann ja durchaus so ein paar halbfertig Produkte einbauen, die aber aufpeppen mit frischem Gemüse, mit frischem Obst, mit die Soße selber machen. Ja, sie können einen fertigen Pizzateich von mir aus kaufen, aber das, was sie da drauf tun, das können sie doch bitte selber entscheiden. Das ist auch nicht so schwierig und das dauert auch nicht lange. Also das sind ja so ein bisschen so Sachen, wo man vielleicht mit ein bisschen Fantasie doch auf einen guten Weg kommen kann. Wenn Sie jetzt einer Frau, die schlanker werden möchte, im Aufzug begegnen und die sagt vorhin, ich kaufe auch anschließend das Buch, aber sagen Sie mir nochmal eben ganz kurz in dürrenschütteren Worten, was sind die drei wichtigsten Dinge, auf die ich achten muss, damit es klappen kann? Also in erster Linie würde ich immer sagen, ernähren Sie sich von echten Lebensmitteln. Ja, also das, was heute so Real Food, Clean Eating und das sind ja so Schlagworte, die durch die Gegend geistern. Echte Lebensmittel, also möglichst wenig Packungen aufmachen, sondern die Sachen lose kaufen, das, was unverarbeitet ist. Damit hat man schon mal ganz viel gewonnen. Zucker ist das größte Problem, was wir haben heutzutage nach meiner Einschätzung. Also Zucker und raffinierte Kohlenhydrate, also Weißmehlprodukte, möglichst runterfahren. Und was ich ganz wichtig finde, weil damit habe ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt, essen Sie häufiger mal so einen richtig fetten Seefisch, also so einen Lachs, einen Hering, eine Makrele, weil da sind Stoffe drin, dieses Fischfett, die extrem gut sind für die Gesundheit. Und vor diesem Fett muss man auch nicht so eine Angst haben, weil das wird gar nicht in den Energiehaushalt eingeschleust, sondern das sind Schutzstoffe, die unser Herz schützen und die wirklich ganz, ganz tolle Auswirkungen im Sinne von Gesundheitsprävention haben. Und Sie haben noch einen schönen Tipp, den fand ich wirklich nett. Und das muss ich beschrieben haben, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit zum Kochen und Sie sich dann eine Küche angucken, sagen, da ist noch nicht mal ein Messer, mit dem man eine Möhre schälen könnte. Also dass sozusagen auch viele gar nicht darauf eingerichtet sind, wirklich zu kochen. Und dass es dann natürlich auch mühsam ist und gar nicht funktionieren kann. Also es gibt ja so Menschen, die haben so Showküchen, die sehen super aus, passiert aber gar nichts in der Küche. Und ich habe durchaus auch Familien erlebt, wo es keine Messer gab, keine Schneidebrecher gab, keine Handtücher hinterher. Also wirklich nur aus Packungen oder Gläsern Sachen in den Topf getan wurden und man sich die Finger nicht schmutzig machen musste. Und da muss ich einfach sagen, das kann nicht gehen. Das kann nicht gehen. Und ich finde es auch schade, muss ich sagen, weil man sich einfach sehr viel Genuss beim Essen ja, ja, an den kommt man gar nicht dran, wenn man immer nur aus der Packung isst und so einen Mainstream-Geschmack ja dann eigentlich nur hat, den der Hersteller vorgibt. Und die Varianz, wenn man selber kocht, ist ja viel, viel größer. Und dieses, viele Menschen kommen dann immer und sagen, ja, aber ich kann nicht so gut kochen und vor allen Dingen würzen kann ich nicht. Und ich denke, sie können ja gar nicht viel falsch machen. Was kann, das Schlimmste, was passieren kann, ist, schmeckt vielleicht mal nicht so gut oder brennt auch mal an, aber das passiert ihnen einmal und beim zweiten Mal nicht mehr. Also Kochen ist ja eine superschöne Spielwiese einfach auch. Absolut. Also Kochen kann Spaß machen, Lesen kann auch Spaß machen, Abnehmen macht sowieso Spaß. Aber nur dann, wenn es gelingt, wie es gelingen könnte, das könnten Sie zum Beispiel in diesem Buch abnehmen mit Genuss. Jede Frau kann schlanker werden, geschrieben von Alexa Iwan. Das Anti-Diät-Buch gehört in jede gute Küche. Kaufen Sie es, leihen Sie es, kopieren Sie es, was auch immer. Hauptsache, Sie lesen es, weil vom Angucken alleine passiert halt eben auch nichts. Wann kommt Ihr Buch für Männer? Vielleicht kann die Frau das auf den Nachttisch lesen und dann abends vorlesen bei ihrem Mann, dann wäre das so etwas Gemeinsames, vielleicht auch nicht schlecht. Weil wir ja wissen, dass Frauen sowieso die Taktgeber im Haushalt sind und die sind ja auch diejenigen, die bestimmen, wo sie in Urlaub hingeht, welches Auto gekauft wird und und und. Alles das, was Männer glauben, wir dürfen ja die Bundesregierung bestimmen oder irgendwie sowas, aber den Rest macht ja die Frau. Insofern ist das auch ein Buch für Männer, sehr lehrreich und Sie haben völlig recht, liebe Frau Iwan. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Die Elten bringen nichts, lesen schon in diesem Sinne. Vielen Dank für Ihre hilfreichen Worte, für das Geschriebene. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Freitag. Bis zum nächsten Freitag.